Tagesenergie Montag, 22. November. Sie können einen großen Schritt richten und konkretisieren, von Zielen gehen. Sie sind stark, heute auch allerdings etwas ungeduldig. Wenn es Aufregung gibt, denken Sie daran, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht wird. Mediale Heil- und Traumarbeit bringt das Gefühl von Geborgenheit und zeigt neue Wege und Chancen auf. Soziales Engagement wird so wenige Tage vor der Adventszeit ein großes Bedürfnis. Erlauben Sie sich aber auch etwas Rückzug, es bringt Sie zur Ruhe. Im Alltag können Sie bestens einfach Routinearbeiten erledigen. TV 21 Austria. Einfach anders.